Die heutige Folge Loreload wird gesponsert von Aimi Ramen. Die Freunde von Aimi bemühen sich dir ein Stück authentische japanische Küche direkt nach Hause zu liefern. Auf ihrer Homepage findest du verschiedene leckere Sorten, wie auch vegane Optionen oder fantastische Vorspeisen. Mein persönlicher Favorit, die Black Garlic Ramen, da könnte ich mich wirklich reinlegen. Feinster Schweinebauch, schön Pott Zwiebelchen, ordentlich Knoblauch rein, absolutes Fest. Wenn ihr bestellen wollt, dann könnt ihr mit meinem Code CRAFT10 auch noch dicke 10% auf eure Bestellung sparen. Und damit das Ganze auch wirklich schön tiefgekühlt direkt bei euch zu Hause ankommen kann, könnt ihr natürlich auch einen Wunschliefertermin wählen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Rahmen natürlich ganz easy im Topf warm machen. Ich bin allerdings Team Mikrowelle, schön zwischen Stream und Raid, raus aus dem Tiefkühler, Folie ein bisschen einstechen, paar Minuten rein und direkt genießen. Schaut gern mal rein. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lawload. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute begrüße ich euch über den Dächern der wunderbaren Neruba-Metropole, mitten in den Tiefen von Arsch-Kahet. Denn wir haben in den letzten Folgen viel über aktuelle Bewegungen gesprochen, viel über die Arati, deren Bücher, deren Meister der Lehren auseinandergenommen. Und dabei sind unsere Krabbelfreunde ja ein bisschen kurz gekommen. Darum dachte ich mir, widmen wir uns heute dem ein oder anderen Geheimnis, das Arsch-Kahet tatsächlich abseits der Hauptwege für uns zu bieten hat. Ich bin mir sicher, der ein oder andere hat schon davon gehört, ist vielleicht selber drüber gestolpert. Ich denke aber auch, einige werden sagen, warte mal, wo lag das denn rum? Ja, ich musste jetzt nämlich selber auch nochmal suchen. Zuletzt haben wir das, was wir uns heute ansehen, nämlich in der Alpha beziehungsweise Beta angesehen. Es geht um Schattenwerfer, Shadecaster. Das sind, wenn wir uns gemeinsam erinnern, die Teile, die den Neruba selbst schon auf den Weg einer Heilsturz mitbekommen haben und die sie aktivieren können. Dann erscheint ein Abbild und dieses Abbild spielt dann eben eine Nachricht ab. Wenig überraschend war das Abbild häufig von der Königin und hat dann sowas gesagt wie, ja, strömt aus, meine Soldaten, verdient euch den Aufstieg, tötet alle Feinde. Ja, und somit dient das also als Kommunikationsmittel beziehungsweise dann auch zum Festhalten von Erinnerungen. Wir nehmen also den Neruba nicht hier und da diese Teile ab und versuchen hinter die Kulissen zu schauen, deren Pläne, deren Befehle zu entwirren, sondern wir finden auch hin und wieder welche in der offenen Welt. Und dazu zählen einige aus grauer, grauer Vorzeit. Und in diesen gespeicherten Nachrichten wird niemand Geringeres erwähnt als der allseits beliebte Anu Arak. Der ist als großer Neruba-First schon so lange mit von der Partie, dass er selbst damals bei Arthas mitmischte in Warcraft 3. Der ist häufiger mal wiedergekommen. Den hatten wir kennengelernt in Asiol-Nerup als Endboss. Und als wir ihn da umgehauen wurden, wurde er nochmal wiederbelebt und kam dann als Endboss im gleichen Addon in Vatikar. In der Prüfung des Kreuzfahrers hat er dieses Agentum-Turnier im Norden der Eiskrone untertunnelt. Und wir stürzten dann herunter, genau in seine Fänge und besiegten ihn dort noch einmal, ja. Und ins Herz gekäfert, das hat er sich eben schon in den frühen Tagen von Warcraft, war dort an der Seite von Arthas, war ein treuer Begleiter. Und hat ihm im Endeffekt nicht geholfen, aber selbst hier bei diesen Geschichten wird er also erwähnt. Wie, wo und warum genau, das wollen wir jetzt rausfinden. Ich befinde mich über den Dächern der Stadt bei den Koordinaten 58, 89. Ich gucke immer nach oben rechts zur Karte, dabei habe ich die unten links über dem Chateau. Vielleicht sollte ich das auch mal ändern. Ja, und dort finden wir einen dieser besagten Shade-Caster. Und wenn wir rüberfahren, steht einfach nur vergessener Schattenwerfer dabei. Und klicken wir den an, steht dort, der Schattenwerfer ist von der Zeit gezeichnet. Dem Anschein nach war seit vielen Jahren niemand mehr hier. Ihr seht aber ein schwaches Glimmen im Innern. Vielleicht funktioniert er noch. Vergessene Geschichte. Da sind wir dabei. Wir zünden den Knaller, wir drücken den Knopf und es erscheint ein Bildnis von Königin Neferes, also der alten Königin. Und sie sagt, ich, Neferes, Königin von Aschkahet, muss meine tiefsten Gedanken entwirren. Es ist schon das dritte Mal, dass König Anubarak unser Reich auffordert, sich in die Angelegenheiten des Nordens einzumischen. Seinen letzten Diplomaten habe ich einspinnen und in die dunkelsten Gefilde meines Reichs schleppen lassen. Aschkahet ist stark. Sein Volk noch stärker. Wir können vielleicht das Blatt der Schlacht wenden, wenn ich Befehl zum Eingreifen geben würde. Aber das kann ich nicht. Ich werde keine einzige Seele für die gefrorenen Tundra opfern, weit weg von unseren Netzen. Die Armee der Toten ist über Aschkahet hinweggefegt. Wir sind viel zu weit weg und nicht auf ihrem Radar. Mein Volk in den Krieg ziehen zu lassen, würde für uns ein schlimmeres Schicksal als den Tod bedeuten. Und wenn wir uns erinnern an die Dungeons in Nordend, dann hatte man ja damals schon die Frage im Kopf, wie konnten die Neruber denn irgendetwas verlieren? Ja, wenn man jetzt den Dungeon Asjol-Nerub besucht, dann ist das nur ein ziemlich kleiner Ausschnitt von diesem großen Unterreich. Geht man allerdings in den Dungeon nebenan, in Ahn-Kahet, dann sieht man, nicht unbedingt auf den Hauptwegen, aber wenn man von denen mal runterschaut, von diesen Spinnenweben, Brücken und wo wir da nicht überall rumkriechen, dann sieht man, wie endlos sich das unter Nordend durch erstreckt. Man sieht in der Ferne Schreine, riesige Monumente, Priester, die dort ihre Rituale vollziehen. Und da hat man sich schon immer gefragt, wie konnten die denn derart verkacken? Ja, ich meine, heute blätterst du durch die Chroniken oder liest einen Wiki-Artikel, findest eine Podcast-Folge oder was auch immer. Damals, naja, da war es noch ein bisschen anders. Wir hatten keine Chroniken und wir dachten beim Kosmos noch, ja, Licht ist gut, Leere ist böse, Tod ist irgendwie dabei. Und bevor du weiterdenken konntest, hat irgendwer ein Tischfeuerwerk gezündet. Und wey, und schon waren die Gedanken wieder weg, ja. Was man dann aber doch so langsam mitbekam war, dass die Geiße natürlich als Armee unterm Licht ging, ziemlich brutal ist, auch in der Hinsicht, dass sie einen Freund von dir umhauen und du nicht nur ein Weniger in deiner Armee hast, sondern die den wiederbeleben und auch noch einen mehr bekommen. Und sich dagegen zu stellen, Hochkultur hin oder her, das ist auf jeden Fall nicht ohne, hätten sie aber vielleicht sogar hinbekommen, wenn sie nicht gleichzeitig eine zweite Front am Arsch gehabt hätten, nämlich die Diener der alten Götter. Wenn wir nochmal reinschauen in unser Dungeon-Kompendium oder wenn ihr demnächst beim Leveln oder in Zeitwanderung mal drin seid und ihr schaut euch diese Dungeons dort an und die Überbleibsel dieser alten Konflikte, dann haben wir zum einen natürlich riesige Spinnen und irgendwelche prophetenhaften Priester und Torwächter, aber genauso haben wir eben Diener der alten Götter, klassische Gesichtslose und allerhand Tentakel-Spielerei, ja. Und da kannst du der ultimative Supergeneral sein, da kannst du die heftigste Streitmacht überhaupt haben, wenn du dann um Hilfe rufst und es kommt keiner, links rückt Arthas mit der Geiße an und rechts Jokzaron mit ein paar Gesichtsdosen, da schaffst du es nicht immer mehr ein Testament zu schreiben, da kannst du höchstens noch ein Laptop zuklappen und sowas sagen wie, naja, trotzdem nicht so beschissen wie mein letzter Random M-Plus-Key. Fazit also, wenig verwunderlich, dass die Neruba in Nordland auf die Schnauze bekommen haben und echt traurig, dass Anubarak sogar um Hilfe gerufen hat und die Königin meinte, ja, nö, also wir sind hier in unserer Höhle, ja, was oben an der Oberfläche passiert, da marschieren die Soldaten umher, da sind die Kriege, die Kämpfe, betrifft uns hier unten nicht, ja, muss ich mein Volk, meine Soldaten jetzt nicht opfern oder irgendwie in Gefahr bringen. Anubarak, der hat sich dasselbe ausgesucht, ja, wir sind zwar irgendwie alle Neruba, aber wir sind so weit auseinander, haben sonst nicht viel miteinander zu tun. Es ging ja auch bei diesen Entwicklungen der Neruba irgendwie darum, sich von dem Alten zu distanzieren, von alten Meistern, von alten Bündnissen, ja, und das ist schlecht für Anubarak, bedeutet nämlich auch, dass dieses, hey, wir sind doch irgendwie alle Neruba, ja, dass diese gemeinsame Basis auch gar nicht so viel Gewicht hat bei denen, ja, wie man vielleicht denken würde und deswegen eine sehr kalte, eine sehr harte Entscheidung der Königin, aber doch eine, die auf Basis dessen, was wir bisher über die und deren Kultur und Wege gelernt haben, ja, etwas, was sehr, sehr gut funktioniert und nahezu die einzige Entscheidung sein konnte. Dennoch würde ich sagen, gefährliches Spiel, das sie da treibt. Ich meine, wir haben dann in Nordland aufgeräumt, ja, den Lichtking soweit zu Fall gebracht, die Geißel eingedämmt, aber was wäre denn, wenn wir nicht eingegriffen hätten? Wäre sie hier wirklich für immer sicher geblieben oder hätte der endlose Marsch der Geißel dann auch irgendwann Arschkahett erreicht und dann hätte sie sich aber in den eigenen Arsch beißen können. Also ein bisschen Restrisiko hast du bei Entscheidungen dieser Größenordnung natürlich immer dabei, aber, ja, in dem Fall sollte sie Glück haben, ja. Wir sind bei einem weiteren, dieser verwitterten Schattenwerfer, und zwar auf einem Turm im Südosten von Arschkahett bei den Koordinaten 71, 62 und sind natürlich gespannt, was sich hier auf diesem Turm jetzt noch verbirgt. Wir gehen mal rein. Der Schattenwerfer ist von der Zeit gezeichnet. Dem Anschein nach war seit vielen Jahren niemand mehr hier. Ihr seht aber ein schwaches Gelimmern. Ich glaube, das ist so ziemlich der gleiche Text. Vielleicht funktioniert er noch, ja. Wir zünden wieder den Knall ab. Und wir haben Anub Arak, der sich hier meldet und der richtig, ey, schön und aufgemotzt noch aussieht. Kein Vergleich zu dem, was von ihm übrig geblieben ist. Also scheint diese Nachricht noch aus einer Zeit zu stammen, wo es den Neruban in Nordend richtig gut ging. Schon eine Weile her, leider. Dann schauen wir mal, was unser Anub zu sagen hat. Er fängt an mit Königin Neferes. Ich, Anub Arak, König von Asjol Nirob, überbringe erneut grausige Nachrichten aus dem gefrorenen Norden. Hat schon so ein bisschen was von, wie meiner letzten Mail zu entnehmen war, ja. Also er hat hier schon so ein bisschen die Eulen aus Harry Potter gekosplayt, die ganz am Anfang die Hogwarts-Briefe da reinschmeißen ins Haus. Neue Spam-Mail. Was gibt es denn? Ist das wieder wegen einer Spinnenbeinverlängerung? Nee, ist wieder Anub Arak. Ja, moin. Aber man kann ihm zumindest nicht vorwerfen, dass er es nicht versucht hat. Also da gehört ja auch das Runterschlucken des eigenen Stolzes dazu, sich nicht nur einmal bei so einem anderen Herrscher in dieser fast verzweifelten Form zu melden, sondern das mehrmals zu tun? Wow. Spricht schon für Anub Arak, würde ich sagen, dass er in der Lage ist, sein Volk über alles andere zu stellen, auch über sich selber und seine herrschaftliche Präsenz, oder was auch immer. Aber wir lesen erst mal weiter. Grausige Nachricht aus dem gefrorenen Norden. Obwohl wir kurzzeitig einen Vorteil hatten, steht diese Armee der Toten direkt vor den Toren von Asjol-Nirub. Sie erobern mit jeder Stunde mehr Gebiet. Ja, Asjol-Nirub liegt weit entfernt und hat eine eigene Dynastie, aber trotzdem sind wir Neruber, genau wie ihr, und deswegen brauchen wir eure Hilfe. Die sich ewig erneuernden Zahlen dieses Feindes und seine endlose Grausamkeit setzen allen Spinnenfürsten zu. Euer Aufenthaltsort befreit euch nicht von eurer Pflicht, uns zur Hilfe zu kommen, wenn unsere Existenz vor der Auslöschung steht. Überdenkt meine Aufforderung und tut, was das Reich verlangt. Er hat es trotzdem geschafft, so leichte Forderungen mit reinzupacken, ja, von Anführer zu Anführer, aber man merkt schon, läuft gar nicht bei denen, ja. Viel Gebiet bereits verloren, er spricht diese Geißel-Problematik an und das war ja nur eins der zahlreichen Probleme. Wir hatten über diese Neruba-Zeit schon vor TWW ja auch gesprochen. Wenn ihr die Folge verpasst habt, da ging es nochmal um ein paar Details, ein paar Namen, ein paar Ausnahmehelden der Neruba, würde ich sie nennen, und verlinke ich euch unten nochmal in den Shownotes, wer jetzt so ein bisschen Neruba-Blut geleckt hat, ja. Da könnt ihr euch gerne nochmal reinklicken. Von weiteren Details abgesehen, allerdings finde ich schon, dass sie hier ein sehr, sehr klares, ein sehr bedrohliches Bild gezeichnet haben und wir nochmal einen wunderschönen Einblick in die Neruba-Kultur bekommen konnten, wenn auch auf diese sehr schreckliche Art und Weise, aber so wie Anub Arak formuliert, so wie die Königin reagiert hat, auch diesen Botschafter eingesponnen und weggeworfen, so like, what, der wollte doch nur um Hilfe bitten. Also, wenn sie wollen, dann können sie sehr, sehr wehrhaft sein, vielleicht hin und wieder in die falschen Richtungen, auch das durften wir schon am eigenen Leib erfahren, aber die Neruba eben wirklich mehr als ein Spinnenvolk, wo du mal mit einem Pantoffel draufhauen solltest, ja. Unfassbare Tiefe und wer weiß, ob da nicht noch ein bisschen was kommt aus diesen Richtungen, weil wir wissen, mit Last Titan, dem finalen Add-on der World Souls-Saga, geht es zurück nach Nordend, wir bauen jetzt diese ganze Neruba-Geschichte auf, wo wir ja auch nicht genau wissen, wo geht's jetzt hin mit denen, wie sieht der nächste Herrscher aus, was machen wir mit der alten Königin, die ja von der Tochter abgelöst wurde, auf eher unfreiwillige Art und Weise und dann als grausames Experiment im Keller festgehalten wurde, bis wir sie befreiten und sie jetzt im Nest der Weberin bei unseren Neruba-Rebellenfreunden unterbringen konnten. Ja, nebenbei haben wir jetzt Ruf gesammelt, bei den verschiedensten ausführenden Organen dieser Rebellion, ja, werden die dann ein Rad bilden, setzen wir die alte Königin wieder ein, lassen wir die Neruba recht schnell im TWW-Verlauf schon zurück oder nehmen wir jetzt alle mit, machen wir hier so eine Avengers-Szene draus, Irdene, Champions von Azeroth, Arati und Neruba, Boom, die Streitkräfte, die erste Frontlinie von Azeroth, ne. Man weiß es nicht genau, wo sie hinwollen, wie schnell sich das entwickeln wird, aber Last Titan, Nordend, hier Anubarak, sie haben ihn nicht vergessen, könnte mehr sein als eine süße Erinnerung. Und tatsächlich, um auf diese Anfangsgeschichte zurückzukommen, mit den großen Untertunnelungen von Nordend, mit Asiol, Nerub und An-Kahet, klingt ja auch so ähnlich, ne. An-Kahet, As-Kahet, also da haben wir ja viele Bezüge logischerweise, die dann auf das Nerubische zurückzuführen sind. Ja, und damals gab es dann auch verschiedene Fragerunden von Blizzard, sehr belebt natürlich auf der BlizzCon, wo dann auch immer mal nachgefragt wurde, warum habt ihr das so groß geteasert? Und da hätte doch viel mehr kommen können. Ja, was ist mit den Neruban und den großen Tunneln, die die so gegraben haben? Und irgendwann ist dann rausgekommen, dass sie tatsächlich viel mehr machen wollten mit diesen Tunneln und dass sie eigentlich Content geplant hatten zu den weiteren Verläufen des Reiches unter der Oberfläche von Nordend. Aber wie es so ist, manche Ideen sind einfach dazu da, um in Stücke zu zerbrechen aus tausend und einem Grund, und dann wurde diese ganze Idee gekürzt und immer weiter gekürzt. Und was ist übrig geblieben von dem riesigen Content-Patch mit Raid oder was nicht alles hätte drin sein sollen? Richtig, der Auftritt von Anubarak, als wir in der Prüfung der Kreuzfahrer runterstürzen und ihm nochmal in die Arme fallen. Fast schon ein bisschen deprimierend, oder? Bei all den Ideen und dem Potenzial, was wir allein heute hier zu spüren bekamen, diese Ideen so weit runterschneiden, dass es nur einen kleinen Endbosskampf gibt? In einem Raid, der sonst mit diesem Thema absolut nichts zu tun hat? Und, naja, vielleicht ja doch eine Idee, die irgendwann nochmal aufgegriffen wird, oder? Wir haben noch einen dritten Shadecaster. Der versteckt sich ziemlich asozial. Da müsst ihr richtig in die Stadt rein unten, in Aschka-Hit. Und da dann wiederum oben, wo dieses Rundell ist, wo wir auch den Weltboss haben und wo, glaube ich, auch genau diese Tiefe von Zegwir ist, Zegwirs Höhle. Und wenn ihr da in der Mitte von diesem Rundellapparat steht, dann habt ihr über euch wie so eine Art hängenden Pavillon. Da müsst ihr im Grunde auch hochfliegen. So, da fliegen wir jetzt mal hoch. Und dann seht ihr, dass die Decke so eine kleine Klippe vor sich hat, so einen kleinen Vorsprung, bevor ihr oben dann einfach dran stoßt. Und auf diesem Vorsprung, bei den Koordinaten 8, 30, da findet man einen weiteren Schattenwerfer. Ja, also bevor ihr an die Decke knallt, das sind einfach nochmal so ein paar Steinklippen. Da steht der drauf. Beschreibe ich deswegen nochmal extra, weil eventuell hat ein gewisser jemand hier ziemlich lang suchen müssen. So ein Vollidiot. Schattenwerfer Nummer 3. Ebenfalls von der Zeit gezeichnet. Na dann, drücken wir mal und haben erneut ein Abbild der Königin Neferes. Ich, Neferes, Königin von Ash-Kahed, bin sehr stolz auf meine Tochter Ansurek. Oh, wollen wir das wirklich weiterlesen? Eines Tages wird mein Strang sein Ende finden. Das Gewebe wird weitergereicht und Ansurek wird an meiner Stadt regieren. Ich wünsche mir zwar, dass Ansurek in diese Rolle aufsteigt, aber ich werde vor ihrer Herrschaft längst tot sein. Für jede Generation werden so die Fäden gesponnen. Doch eins nach dem anderen. Was die Alten fordern, wird abgelehnt. Das wird Ansureks erste Aufgabe auf ihrem Weg zur Königin. Ash-Kahed ist stark. Wir müssen uns unseren alten Meistern nicht länger beugen. Unsere Dynastie wird sich erheben. Oh Mann, das ist nochmal deprimierender, als die gecuttete Neruba-Geschichte den Content-Patch betreffend. Sie hatte wirklich große Hoffnungen in ihre Tochter gesetzt. Glaubt, dass wenn die Tochter aufsteigt, sie selbst schon längst verrottet. Er hat nicht damit gerechnet, spontan erdolcht zu werden und sagt, was die Alten fordern, wird abgelehnt. Und damit könnte man jetzt assoziieren, dass es irgendwelche Neruba-Räte, Adlige gibt oder so, die dann sagen, hey, wir wollen zurück zur alten Glorie, aber ich denke, es ist kein Fehler zu sagen, dass hiermit auf die alten Meister, die alten Götter natürlich angespielt wird. Was in dieser Form etwas bestätigt, wo wir uns in diesem Filmchen zu den Neruban auf YouTube nicht ganz sicher waren, ob das wirklich so sein soll. Denn als die Tochter Anzurek, die hier Königin Neferes unten bei diesem Wandbild konfrontiert, da fragt sie ja auch, Mutter, was ist los? Was habt ihr gesehen? Und sie meint nur irgendwie sinngemäß Geister der Vergangenheit. Ja, die flüstern immer, die sind immer da, aber auf die hören wir nicht. Also hat die Lehre tatsächlich mit den restlichen Verbindungsschätzen versucht, 24-7 die ganze Zeit doch die Neruba irgendwie auf ihre Seite zurückzuziehen, zu bekehren? Hatte Xala besonders leichtes Spiel? Na ja, sie haben sich verändert, sie haben sich wegentwickelt, ihre eigene Dynastie hier ausgerufen. Aber den letzten Tropfen Lehre, den kriegst du vermutlich nicht rausgewrungen. Also das scheint so das Ding gewesen zu sein für sie als Herrscherin, obwohl sie noch so ein bisschen Geflüster hört, obwohl der Sog der Lehre versucht sie zu kriegen. Nein, wir sind stark, sagt sie selber. Und wir müssen unseren alten Meistern nicht länger dienen. Wir müssen uns nicht beugen. Und das wollte sie auch ihrer Tochter quasi mitgeben, ja, sie vorbereiten, ihr zeigen, dass dies der Weg ist. Nun ja, und dann kam Xala, hat nicht nur geflüstert, sondern war auch vor Ort, hat die Macht gezeigt, die sie verspricht. Und dann war es um sie geschehen. Die gute Neferes, ja, wurde beerbt und steht jetzt als heftige Mutantentante im Nest der Weberin rum. Und die Tochter, die haben wir kaputt gehauen als Endboss im aktuellen Raid. Also, ich weiß nicht, ob wir die Königin jemals wieder hinbekommen, aufgrund dieser Experimente, die sie dadurch leiden musste, ja, wie viel noch von ihr übrig ist. Und wenn wir ihr dann erzählen, was wir hier mit ihren alten Anhängern und ihrer Tochter gemacht haben, ich glaube, spätestens dann dreht die nochmal richtig am Rad. Bin sehr gespannt, wie sich diese Geschichte letztendlich entwickeln wird und welche Lektionen die Nehruber jetzt aus all dem hoffentlich endgültig gelernt haben. Das wird Anzureks erste Aufgabe auf dem Weg zur Königin. Dieses alte Ablehnen, ja, vielleicht ist das sogar ein festes Ritual in diesen Herrschaftskreisen bei Generälen oder, oder, dass man irgendwie beweisen muss, ja, dass man diesem Geflüster, diesen alten Versprechungen nicht nachgibt und sie hat einfach total durchgezogen. Oh Mann. Ja, und letztendlich dienten ja auch diese Aufstiegsrituale dazu, teilweise gegen den Willen der Nehruber, diese alte Verbindung wieder herzustellen, ja, und das zu festigen, was eigentlich aus ihrer ursprünglichen Sicht verloren gehen sollte. Das haben wir ja auch innerhalb der Kampagne gesehen, wo wir mit einem dieser aufgestiegenen Nehruber unterwegs waren und aufsteigen tun sie ja durch Rituale, wo sie im Endeffekt mit dem Blut der alten Götter, mit diesem Black Blood hier vollgepumpt werden, dann diese neue Form bekommen, wo wir auch immer noch nicht genau wissen, warum die jetzt so humanuit aussieht. Hä? Seltsam. Aber, davon abgesehen, hatten wir einen davon ja in unseren Reihen und der war eigentlich freien Willens, der bildete sich ein, trotz dieses Aufstiegs der Lehre doch entkommen zu sein, wollte diese Form jetzt gegen die Meister nutzen, die ihm diesen Segen verpasst haben. Ja, und das ist halt so lange gut gegangen, bis Xala gesagt hat, ey, du weißt schon, was da durch deine Adern pulsiert. Ja, und dann hat sie ein bisschen mit den Fingern geschnipst und schon wurde unser aufgestiegener Freund zu einer eiskalten Killermaschine und wollte uns den Garaus machen. Das ist also nicht so gut gelaufen, auch nicht für die, die gehofft haben, dass das jetzt, wenn diese Mission mit dem erfolgreich wird, direkt ein neues, verbündetes Volk aufploppt. Aber das geht Hand in Hand mit dem, was die alte Königin hier befürchtet hat. Ja, wenn du dich einmal wieder hingebst, gerade in einer hohen Führungsposition, dann verdammst du nicht nur dich, dann verdammst du sehr, sehr schnell dein ganzes Volk. Und ob man dann noch mal eine zweite Chance erhält, doch den süßen Duft der Freiheit zu wählen, ja, noch mal Glück gehabt, dass wir da waren. Basiert das ganze Neruba-Imperium hier unten darauf, dass wir glücklicherweise da waren und einfach auch Probleme mit denen hatten, die den Neruba bedrohten? Na, das müssen die Historiker aber noch mal genauestens auswerten hier. Ihr denkt jetzt bestimmt, wow, was Blizzard da alles versteckt hat, ist ja insane. Zumindest ging es mir so, als ich mich hier mal genauer umgesehen habe, genau wie in Heilsturz mit den ganzen Arati-Büchern. Aber das war es einfach noch nicht. Wir befinden uns gerade bei den Koordinaten 75, 34. Das ist ziemlich im Osten, bei Ragh-Ahat, in einer Ecke mit einem schicken Wasserfall. Und wenn wir uns diesen Wasserfall genauer ansehen, dann hängt dort ein Neruba. Carl Tett nennt er sich und mit dem können wir reden. Der hat hier keine Quest, der zählt auch zu keinem Schatz irgendwie drumherum, dass er jetzt ein Rätsel für uns hätte oder so. Der hängt hier einfach ein bisschen ab, er trägt eine zerlummte Kapuze und genießt hier sein Leben im Neruba Wellness-Spa, oder wie? Wir fragen mal. Ihr, wir lernen uns also endlich kennen, sagt er. Ich habe euch schon eine Weile im Auge. Verzeiht meine Manieren. Ich war einst Abgesandter eines großen Königs. Das liegt alles in der Vergangenheit. Jetzt bin ich bloß Kartett. Und ich denke, wir können davon ausgehen, dass hier wirklich der Botschafter hängt, der von der Königin damals eingesponnen und weggeschmissen wurde. Wir haben hier möglicherweise einen der letzten oder sogar den letzten überlebenden Neruba aus Asiol Nero. Und ich weiß nicht, warum der bisher nicht weiter eingewoben wurde. Ich hoffe, das hört er nicht in die Story. Aber wie cool wäre es denn, wenn wir darüber wirklich noch eine Brücke bauen können? Was ist, wenn der unser Bindeglied wird, hin zu einem geeinten, gestärkten Neruba-Imperium, das dann wirklich mehrere Dumizile umfasst? Vielleicht spinne ich da ein bisschen zu weit rum. Vielleicht sollten wir das auch gar nicht wollen. Was ist, wenn die dann merken, hey, wir sind jetzt auch krasser als die Champions von Azeroth. Zack, Sturmwind wird dann Spinnenwind. In Orgrimmar gibt es nur noch Fliegenkebab zu kaufen. Ja, vielleicht sollten wir nicht gleich übertreiben. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie diese Geschichte mehr als nur im Hinterkopf behalten. Wir können noch nachfragen. Wir können fragen, König? Ja, Anub Arra, Herrscher von Asiol Nero. Er entsandte mich hierher, um Hilfe in einem großen Krieg zu erbitten, den wir gegen eine Armee der Toten führten. Er war ein stolzer, starker und mächtiger König. Hier hören wir es sogar noch mal. Macht dieses Umhilfe-Bitten noch mal krasser, wie ich finde. Aber ich hörte Geflüster, dass auch er getötet wurde. Ja, ich hab eventuell gar nicht bedacht, dass der uns auch einfach an die Kehle springen könnte. Na gut, wir vergessen den Teil mit dem großen, allumfassenden Neruba-Imperium ganz schnell wieder. Dass er in seinen letzten Tagen dem Lichtkönig diente. Jetzt bleibt von ihm nur eine schreckliche Erinnerung. Ja, den Anubarak, den er ja eigentlich beschreiben wollte mit den ersten Sätzen, den haben wir gar nicht so richtig kennenlernen können. Ja, da hatten wir nie die Chance zu. Was sehr schade ist, aber so hatten wir immerhin fetten Lut. Toller Deal. Was ist mit euch passiert, können wir noch fragen. Als ich mit Anubaraks Sorderungen vor Königin Nefferes trat, verbannte sie mich und sperrte mich weg. Im Nachhinein glaube ich, sie wusste genau, was sie tat. Hätte sie mir gestattet, nach Asjol-Nerub zurückzukehren, hätte man mich sicher hingerichtet, weil es mir nicht gelungen war, die Truppen von Aschkahet mitzubringen. Soweit ich weiß, bin ich der letzte Überlebende Nehruber aus Asjol-Nerub. So gesehen verdanke ich ihr mein Leben. Oh. Schaut mal, was sie hier jetzt für wilde Ideen zusammenspinnen. Er glaubt, sie wusste genau, was sie tat und bezieht das nicht auf Ich schleudere den weg, Lull. Habe ich Bock drauf, ja. So geht Diplomatie unter Spinnen. Sondern sie wusste, sie wird keine Hilfe schicken. Und wenn sie den jetzt einfach laufen lässt, dann ist es um den auch geschehen. War ihr vielleicht zu schade. Warum sollte jetzt noch einer mehr sterben? Hatte sie wirklich Pläne? Wollte sie ihn aufheben, falls irgendwas schief geht? Hat sie so weit gedacht? Habe ich jetzt nicht daraus gehört, aber umsonst wird er das ja nicht ansprechen gerade. Hätte sie mir gestattet, nach Asiol-Nirub zurückzukehren, hätte man mich sicher hingerichtet. Ja, da machen die keine halben Sachen. Du hast sie nicht überzeugen können. Du bist anscheinend ein richtig beschissener Botschafter. Tschüss. Wäre dann wie so ein Ping-Pong-Spiel. Immer hinhergekickt. Hinher, hinher. Das ist ja spannend. Der letzte Überlebende spricht er auch selber an. So gesehen verdanke ich ihr mein Leben. Wow. Also fair play. Wer weiß, ob er nicht einfach so lange weggesperrt war, dass er jetzt angefangen hat, mit seinen Entführern zu sympathisieren. Aber die Königin hatte ja eine Weitsicht. Die war ja nicht doof. Das haben wir heute in diesen kleinen Sequenzen von diesen Schattenwerfern nochmal hören können. Und das hat man ja auch so gemerkt. In der Sequenz auf YouTube. Und generell, wenn es um sie und die Tochter ging, dann hat man schon gemerkt, wer hier ein bisschen mehr Spinnenlebenserfahrung hat und wer nicht, ja. Und darum würde ich ihr das zutrauen. Also vielleicht doch im Hintergrund ein bisschen mehr geplant, als man zunächst erwartet hätte. Sehr cool. Ja, ich freue mich nach wie vor auf alles, was da kommt. Sind wir mal gespannt, ob das, was von der Königin übrig ist, sich an den Kollegen erinnert und ob da dann nicht wirklich das Beinchen gereicht werden kann. Ja, Freunde, ich würde sagen, abseits der gewohnten Wege hat sich auch in Aschka-Hett noch so manche Perle versteckt. Ich habe auch bei Wowhit und Co. nochmal so ein bisschen gewildert. Das scheint allgemein sehr Underground zu sein. Dieses ganze Shadecaster, Anubarak-Dude, der da random bei den Wasserfällen rumbaumelt, Ding. Aber die Leute sind natürlich trotzdem rein, haben nochmal geschaut, triggert irgendwas in Extradialog, haben wir noch irgendein Item von Archäologie, was wir da benutzen können oder so. Da konnten wir ja auch in Norden dann Relikte der Neruba zusammensetzen, zu allerhand Stuff, ja. Aber das scheint tatsächlich alles nix bewirkt zu haben. Es gibt keine Quest-Interaktion, es gibt keine besonderen Dialoge nach irgendeinem Dungeon-Kill oder so. Darum schwer zu sagen, wo genau sie damit hinwollen. Und darum wäre es, denke ich, fatal, da jetzt Nägel mit Köpfen machen zu wollen. Also denkbar, dass die Story der Neruba sich noch sehr lange Hand in Hand mit dem weiteren Flow von TWW entwickelt. und der vielleicht dann auf einmal auftaucht und nur die, die sich vorher damit beschäftigt haben, dann wissen, aha, das ist der Kollege, dann sind wir bestens gerüstet und wissen Bescheid. Ja, und wenn nicht, dann ist es ein nettes kleines Easter Egg, das nochmal zeigt, dass es auch dort Connections gab, auch wenn die nicht so ausgespielt wurden, wie es Anubarak vermutlich lieb gewesen wäre. Ja, und eigentlich ist er auch gar nicht so allein, wie er sagt, der letzte Überlebende. Also Sie können es jetzt mit Last Titan und Co. natürlich easy so drehen, ja, dass wenn wir dann bei Addons später in einem gefaceten Norden sind, vielleicht hat Iridikon die einfach platt gehauen oder ist doch noch ein Ghoul aus dem Boden gekrochen, als sie gerade lecker Fliegensüppchen gekocht haben, man weiß es nicht genau. Aber die Questgeber, die uns damals reingeschickt haben, um Anubarak, den Verräterkönig, zu töten, ja, und die Gesichtslosen aus Ankahet zu vertreiben, vielleicht haben die ja auch mehr wieder aufgebaut, als wir aktuell wissen. Also, da wissen wir schon ein bisschen mehr als er, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe lange keine Neruba-Freunde in Nordend besucht. Also, auch das können sie ja noch hin und her drehen, wie sie wollen, aber vielleicht waren die ja auch schon fleißig. Tja, sei es drum, ich finde es cool, dass wir an diese alten Geschichten und Haudegen gedacht haben. Dann dachte ich eigentlich, wir lesen heute noch in ein paar Spinnenbüchlein rein, die sich in der großen Neruba-Stadt verstecken, aber wir sind schon bei über einer halben Stunde. What? Na gut, war eine doch sehr ausgedehnte Geschichte, wenn man so will. Insofern hoffe ich, die Folge hat euch gefallen und mehr Lesestoff gibt es dann auch beim nächsten Mal wieder. Checkt super gern die Links in der Videobeschreibung aus, vielleicht ist ja was Schönes für euch dabei. Würde mich freuen. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich in den nächsten Wochen wieder. Macht es gut, passt auf euch auf und bis dann. Schau's!